schauen was man jetzt uns erwartet nicht gedicht von blumen wollten wir sehen so gesehen jetzt schon hat sie ein bisschen was getan ein bisschen deko grüder im tanz deko jetzt ist es hier mit dem brunnen Aber alle ist ein bisschen Deko entstanden. Gedicht von Blumenfolgen spricht Maya and Marjorie. Katheryn, du hast du noch eine Kommission für uns? Entschuldigung. Windbloom-Festival während der Zeit, viel mehr Kommissionen gibt. Da gibt es noch nichts. Ah, die Adventurer's Guild 2? W-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha-Wha? Wer hätte das gedacht? Paimon's not giving up that easily. We gotta try again. Flora. What a windbloom. Flora! Do you have anything you need help with? Nope. Is that because of the Windbloom Festival? Huh. What is that exactly? You two haven't heard of the Windbloom Festival? Windbloom. So, some kind of windy flower planting kind of thing? The Windbloom Festival is a Mondstadt tradition. A festival of love and freedom. It's a time of celebration and partying in the city. At this time of year, we offer Windblooms to the great animal Archon Barbados. As a sign of reverence and love. We also give flowers to our beloved. A very important tradition. My shop is bursting with customers every Windbloom. I guess it's a nice problem to have. What's that with a windbloom? Windbloom is the symbol of this festival. A flower that represents freedom and the spirit of the wind. So, what does a Windbloom look like? That's a long story. My grandma said that even she hadn't been born when the Windbloom first appeared. It must have been hundreds of years ago. I don't know why exactly, but everyone seems to choose dandelions when they want to give a gift of Windblooms. So, in other words, for the people of Mondstadt, Windbloom means dandelion? Something like that anyway. At least, that's what we believe in my family. Incorrect! I heard everything you were saying and couldn't help, but you were talking about Windblooms, yes? It's Quinn from the fruit stall. Wanna join us? No, no. I'm just here to set the record straight. Windbloom doesn't mean the dandelion, but the Windwheel Aster. Greetings to you too, Quinn. Uh, Flora, surely there must have been plenty of customers buying Windwheel Asters from your shop recently. Uh-huh. You see? We loyal Windwheel Aster advocates are upholding our economic duty. The Windwheel Aster is both a symbol of Mondstadt and an embodiment of the windmill, representing both wind and freedom. That's what makes it the one true Windbloom. Who's with me? Who's with me? Windwheel Aster, the true Windbloom! Uh... Oh? Are you sure about that? B! You're here too! The Windbloom. Isn't that the Cecilia? Huh? Really? Oh? So, a Windbloom is a Cecilia? That's the first I've heard of... What? Don't be ridiculous! Listen. Yes, there may be some controversy over the definition of Windbloom, but it is the widely held belief among the people of Mondstadt that the Windbloom is the Windwheel Aster, not the dandelion. There's history to both flowers. What? Just dropping the facts over here. You... Whatever. I'm not talking to you. Huh? Bee? Bee! Weird. What's up with her? Did I say something wrong? Windbloom is as Windbloom does. What can I say? Um... What? Ich bin neu hier. Ihre hiesigen Sins sind ein bisschen verwirrend für mich. Stop arguing already! Maybe I should go and apologize to her after closing. Hmm... I don't understand why she's upset. But what I do know is that I will have to apologize regardless. Sigh. That's life, I guess. Aww. Seeing them together like that really gives me that Windbloom feeling. Freedom. The animal Archon. Sweethearts. Yeah, yeah. That sounds great and all. But none of you can even agree over what a Windbloom is! You're right. But isn't that typical of us Mondstadt folk? Huh. Well... Between the delicious food, exquisite drink and fresh flowers... Traveler... I hope you get to enjoy yourself during the festival too. It sounds like such a happy festival! Even if the whole wind... Let's look around and see what this is all about! Oh, Windbloom. Mal schauen, was uns mit dem Windbloom dann erwartet. oh, it sounds like this guy is coming over. What a nicer vibe with that Jah. Oh, and this guy is looking over. Oh, how beautiful is this guy! weil auch so ist der löwenzahn ein frühlings event haben wir hier ach sogar hier ist gestaltet haben wir ja ewig nicht mehr gesehen ach hier ist noch bändet doch und f Fart was willst du was mit all the people aha you're right on time take a look at my students what do you think not bad eh students uh you mean the people anxiously scratching their heads anxiously Warum, diese Leute sind tief in der Konzentration, diligently searching für ein hartes Rhetorik, um ihre Romantische Afeckeln zu erzählen. Aha! Sieht ein bisschen Suspicious von Paimon. Haha, so! Ich denke, du hast bereits über das Windblum-Festival, dann. Wie findest du Mondstadt in so festiver mood? Du magst es? Ich weiß immer nicht genau, wie ich das Fest feiern soll. Haimon, was für dich? Ja, Haimon könnte sich verspürt werden. Mit etwas leckeres, führungsrelatetes Brieberie. Ah, ich denke, du kommst dann. Speaking of which, ich wüsste, dass du zwei nicht viel auf deiner Pläte haben. Laufen rundherum, keine Kommission zu nehmen, oder Menschen zu helfen. Haha, wenn du das merkst, dann, kongratulation! Du hast den ersten Schritt in die Verkaufung des Windblum-Festival. Oh, ja? Hey! Warum bist du so glücklich mit dir selbst? Der Windblum-Festival nicht nur an den Animo-Archon, sondern an alle Monstadt-Geräte, die sich für Liebe zu finden. Jeder, der will zu finden, muss alles für sich selbst machen. In addition, viele Menschen nehmen diese Zeit als eine Möglichkeit, um andere Dinge zu lösen. Es ist nicht so, dass du zwei nicht mehr finden kannst. Das ist nur die Windblum-Festival-Festival-Tradition. Aber keine Angst, du wirst nicht so glücklich sein, während ich bin. Auf der Seite, ich denke, es ist Zeit, dass du zwei eine deeper Entstehung von Monstadt-Geräte und Kulturen. Ich brauche ein paar von Unterstützung. Was sagst du? Unterstützung? Was ist das? Ich habe Unterstützung! Haha, Sie sehen, diese Angst-Geräte-Geräte hier? Sie versuchen zu lernen die Secrets der Liebe. Also, sie kamen zu mir, um zu lernen, wie zu Komposieren. Ich akzeptiere, natürlich, weil ich nur zu glücklich für eine Anwendung. Soon, sie kommen zu mir und schüren ihre Hörer, erzählen mir über ihre Romantische Trenzungen und Tribulationen. Dann, ich sie geben, Anwendungen, von ihren individuellen Anwendungen. Zumindest, das war ich, zu tun. Aber, zu sehen, Sie zwei mit nichts zu tun, ich denke, ich lasse dich, zu tun. Sie haben viel und viel zu tun. Es wäre eine Worte nicht, diese Erfahrungen zu nutzen. Sie können deine Hilfe nutzen. Sie wollen einfach Ihre Verkaufeln. Sie sind das nicht bereit für Mora, oder? Es gibt Wiener für ZDW, der Windblum im Wetter Lange Wiener Anwendungen Wiener 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 Komm schon jetzt, du bist der Monistat's Honorary Knight. Die Leute glaubt dich. Es ist nur natural für dich diese Möglichkeit, um sich zu zeigen. Jetzt hör auf! Wenn du mich machen diesen Gestern... Das bedeutet, dass ich denke, dass sie vorbeigehen und die Möglichkeit haben. Aber wenn du mich machen diesen Gestern... Das bedeutet, dass ich denke, dass sie es sicher sein sollten und nicht zu sein. Und wenn ich diesen Gestern mache... Das bedeutet, dass ich denke, dass sie ihre Kopfschmerzen und keine Emotionen überinvestieren sollten. Hast du das, Traveller? Äh, ja, alles klar. Dann entscheiden wir es! Das bedeutet, dass sie Hilfe von der Barde da sind. Wo ist seine Unterstützung? Warum nicht mit uns sprechen? Huh? Ich... Ich habe gar nicht die Chance, um zu sprechen mit dem Barde zu sprechen. Ist er nicht bereit? Oh, nicht schuldig. Es ist egal, wer du zu sprechen. Am Ende des Tages, du musst immer mit deinem Perspektive zu sprechen, richtig? Sei stolz! Wir hören uns das! Hier geht es. Da ist jemanden, die ich mag. Marla. Sie ist süß und schwer zu arbeiten. Sie ist immer helfen, ihre Familie mit der Arbeit. Und manchmal wird sie so schuldig, dass sie eine Nippe auf der Bedeutung auf dem Seite der Straße. Ist sie von der Stadt? Nein! Sie leben in Springvale, nicht weit weg von mir. Und wegen meiner Familie? Ich sage nur, dass unsere Familie sehr unterschiedlich sind. Mein Vater objektiert uns zu sein. Aber Marla und ich haben einen Weg gefunden, um es zu arbeiten. Und wenn wir uns zu treffen, wir gehen, wir gehen auf der Starrsnatch-Cliff auf der Starrsnatch-Cliff. Na gut, so wie Sie beide zusammenkommen sind. Wir sind. So, was ich heute zu diskutieren, nicht so viel über Marla, als mein Vater. Mein Vater ist sehr konservativ und sehr strikt. Aber es ist meine Schuld, dass ich ihn nie gesagt habe, wie ich wirklich fühle. Ich denke, wenn ich diese Möglichkeit um ein Windblum zu meinem Vater und formally asken für seine Entschuldigung in der gleichen Zeit, vielleicht wird er uns unterstützen. Was ist er zu sagen? Ich möchte ihm sagen, dass, obwohl Marla nicht aus einer Wealth-Familie ist, ihre Kindheit und hartartige Natur sind Dinge, die Mora kann nicht kaufen. Hmm. Das klingt zu klein? Oh, ich hoffe, dass er mich nicht schlägt. Awww. Da, da. Huh? Um... Was sollten wir jetzt nehmen? Ich denke, du sollst ihm sagen, nur Mut und greife die Gelegenheit. Ah! Tell ihm was in dein Herz. Use das Liebe zwischen dir und Marla um ihn zu bewegen. Das muss nicht sein, dass es etwas zu feiern? Ich... Ich... Ich verstehe. Ich verstehe. Danke. Eine andere Sache. Nichts, hast du gesagt, dass du die Blumen zu deinem Vater gabst? Was für Marla? Nichts, dass du sie etwas geben willst? Oh! Ah, jetzt, dass du es erwähnt hast, ich wollte die Barde, um mich zu erzählen, wie zu ein Liebe-Poenzen. Ja, das sollte sie nicht mehr nachlesen. Und ich gebe ihr auch ein paar Blumen. Ja, ich werde sie später wählen. Danke für deine Hilfe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Drei. Oh! Uh, wirklich? Uh, okay, dann. Hier geht's. Ich... Ich bin so großartig Fan von Mondstadt's Idol. Barbara-Sama. Sie haben sie gehört. Sie ist die Super-Cue-Une in der Kirche von Favonius. Nicht zu sagen, gentle. Und sie lebt immer die Menschen von Mondstadt's Spirits mit ihren Schmieren und Songs. Ich bin so großartig Fan. Ich habe sogar ein paar Freunde zusammengekommen, und... ... und... ... und... ... was ich meine, ist... ... ... du hast es, ich bin der Herr von Barbara-Fan-Club. Huh. Ich bin ziemlich glücklich über das, auch von den Sachen. Ich bin die Hoffnung und die Hoffnung von jedem Fan-Club auf meine Beine. An dieser besondere Zeit, ich sage, unsere Bälle zu Barbra-Sama selbst. Natürlich, als ein level-headed adult, ich würde niemals gar nicht zerstören. Ich werde nur für meine Zeit mit der Bard, so ich kann den Plan erklären. Ich nehme alle die Blumen, die von unseren Mitgliedern und schreibe sie in eine große, gigante Blumen-Statue. Und dann, um sie eine große Überraschung zu geben, lege sie außerhalb der Rückseite der Kirche. Das ist für das Liebe-Poema. Wir brauchen keine Hilfe. Wir planen, es zu machen, es zu machen und es an der Statue selbst zu machen. Das klingt so, ob sie das nicht vielleicht mögen würde. Ist das dein Ernst? Du wirst das alles sofort beenden. ein level-headed adult? Huh. More like a dunder-headed infant. Huh. But gifts have to make a lasting impression. Oh, it'll create a lasting impression all right. The Knights of Avonius will have you escorted away. Really? But... But... Nothing! Oh, okay, okay. I got it. Thanks for your suggestions. Both of you. I gotta go. He's sure left in a hurry. Das wäre so ein bisschen übertrieben gewesen. Geschenke ist... das war eine nette Idee, aber in diesem Sinne... Nah. Hi! We heard you had something you wanted to discuss with the Bard. We're his assistance. You can talk to us instead. It's the honorary knight in Paimon. I didn't know I'd see you two here. Well then, I won't stand on ceremony. I wanna offer some flowers to the acting grandmaster of the Knights of Avonius Jean. I guess you must be quite close to Master Jean. She's an incredibly upright and diligent woman. Talented and always gets the job done. Honest, kind, gentle, not to mention... Alright! We get it! She's pretty great! Sorry. Once I get talking about Master Jean, I get a bit excited. This time tomorrow, I'll finish composing my poem, pick a fresh dandelion bouquet, head over to the office and hand the flowers to the guard. It's just... the bouquet and the poem... I don't know... Hmm... Best not sign them after all. Wait a second! It's only normal to sign them! Why does that bother you so much? Knowing Master Jean's conscientious nature, I'm afraid she'll send a gift in return if she sees my name. She's so busy, I wouldn't want my gift to create more work for her. If I can get this bouquet on her desk, that's enough for me. But then... Won't an untraceable bouquet create suspicion? Oh, what should I do? Hm... 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 Ich finde, du solltest auf jeden Fall deinen Namen unterscheiden. Für sicherlich ein gewisses Anonymous-Gift wird definitiv getrennt. W-Really? Du bist so sicher. Na, ich glaube, ich besser mit meinem Namen include. Huh, das ist gut, dann. Vielen Dank für deine Worte. Ich will es erinnern. Du bist willkommen. Mach auf! Will do! Haha, das ist gut. Hahaha, das ist der größte Bart in der Stadt. Und jetzt der größte Romantik-Advisor in der Stadt, nicht wahr? Aber noch nicht, hast du andere Worte zu beenden? Oh, du sagst, die Menschen, wie zu künstleren lieben? Genau das. Ich hörte, du warst in der Plaza-Klasse. Also bin ich direkt. Huh? Kaia? Du willst auch lernen, wie zu künstleren lieben? Ich hätte gedacht, dass Kaia in diesem Bereich keine Hilfe braucht. Ich bin nicht zu schabber. Und trotzdem, ich würde mich für die Fast-Track-Klasse registrieren. Warum? Du bist ein smooth-talker. Hast du wirklich meine Worte? Die reale Frage ist, bist du bereit, mich als Studenten zu nehmen? Natürlich! Wenn die Mora knackt, wer bin ich, die Tür zu öffnen? Ha ha ha! Well then, I guess I'm enrolled. And as your student, may I make some reasonable demands? Aha! Paima knew there was more to it! Demands? Let's hear them. As students, aside from attending class, we also need homework exercises. Surely a well-designed course would require us to put our knowledge into practice and then have our teacher correct the poems we compose. You mean, Venti has to correct the students' homework? Precisely. All in exchange for payment, naturally. These are my demands. Or to put it another way, I'm actually gonna have to work for a living. Ha ha ha! Is that so bad? I just think that with things like this, you should see them all the way through. More fun for everyone involved, don't you think? What do you say? I feel like Kaya's knack for mischief is at play here. Still, correcting homework... Huh, this is indeed a vital step. And I am curious to see the fruits of my students' labor. Congratulations, Kaya! Your demands have been accepted! As I expected. A reasonable and down-to-earth teacher. Hold your horses. I have a demand for you, too. Cool! A coercion contest! Ah, yeah. I will pay special attention to your homework and guarantee that you will see improvement in your studies. But as for your tuition fee, some Wind Bloom Festival exclusive Apple Bloom Cider should do the trick. What with you and Master Diluc being on such good terms and all, that shouldn't be a problem, should it? Haha, steady now. Let's not overestimate my abilities. Still, one bottle of the good stuff in exchange for your guidance. Not an opportunity to pass up. Whoa, one bottle? Haha, make that three. Geez, give him an inch and it'll take a mile. Please, please, please. Deal. Marvellous. Grab some paper and make your way over. Professor Venti's poetry masterclass is now in session. What's that paper that Tong Def Bard pulled out of his pocket? And whose names are those? Albert. Ellen. Marvin. Thames. Kaya. Bennett. Oh, a present! Prüfling des Schicksals. Der Abenteuer Bennett kommt aus dem Mond schon und hat immer etwas für Abenteuer übrig. Jedoch hat er dabei fast immer großes Pech. Weil so viel Pech verfolgt wird, will Kami und etwas mit ihm zu tun haben. Bennett aber hat sich da schon gewöhnt und lässt sich nicht untergehen. Selbst wenn er ein oder andere Verletzung davon trägt. Komm auf dich, wahren Schätzinnen und Bekannten. Los geht's, Bennys! Abenteuergruppe. Ja. Bennett ist wirklich aufgeregt für das. Also, du bist Bennett? Excellent. Ich mag dein Enthusiasme. Make sure to channel that vigor into your poetry. Yes, Sir! Even adventurers want to learn how to write poetry. I see this is going to be a popular class. Telling that art's gonna make a fortune. My dear students. In a moment, we will gather by the terrace in front of the cathedral, where I will divulge to you my experiences and techniques in the art of poetic composition. After class, I would like every one of you to compose a love poem and hand it to me for... constructive criticism. As for your tuition fees, by all means, wait until the course is over before paying. But don't even think about vanishing. In addition to Mora, payment in alcohol is also warmly welcomed. A quick question, Sir. Does our special arrangement still stand? Well, of course. And when the time comes, you can hand in your homework first. Traveler, I'd like you and I to collect the homework submissions together. Uh... Does that fall under the assistance duties? Do we get paid for this? Think of it as an initiation into Mondstadt's traditional culture. An opportunity to immerse yourselves in the Windbloom Festival. I'm going to great lengths here to make sure you're a part of the festivities. Not to mention, it would entitle you to a share of their remuneration. Oh, Sir, yes, Sir! Good. In that case, when Kaya's finished with his homework, let's go and look for him at the Knights of Pavonius headquarters. But for now, I've got classes to teach. Traveler, why not make the most of it and check things out in the meantime? The vendors in Mondstadt have arranged all sorts of festive activities. Doesn't forget to try them out. Gedicht von Blumenwolken. Das war so gesehen vorgeplänkelt. Blumenwindgarten in der Glüste, jeder Schuss einträchtbar, Lied der Landschaft, schwer zu erreichende Orte, Ruhe, Patti, wir sind in einer Bibliothek. Auf vier Akte gerne, ja, da habe ich dann doch ein bisschen was zu tun. Test-Herausforderung, Blumenwind, Lied der Landschaft, jeder Schuss einträchtbar, Lied der Landschaft, Garten der Glüste. Die Sphäre ist eine Sammlung von selten gesehenen Herausforderungen, die sich ständig verändert, in deren Prinzipien nicht bekannt ist. In den Geschichten der Anwalt ist sie als Garten der Glüste bekam. Jedes Mal, wenn du den Garten der Glüste betrittst, wirst du dich drei bis zufälligen Herausforderungen der Glüste stellen. Je nachdem, wie sie die Auswahlskraft werden, diese Herausforderungen angesammelt, erhältst du alle Arten von Segen nun, die deine Stärke während der Prüfung der Glüste am Ende des Garten erhöhen werden. Aktionshändler und was kriegen wir dafür schönes? Ballon zum Gedenken des Windblumenplasses. Landschaftliche Leier. Ich will landschaftliche Leier. Benutze die, um das Instrument aus dem Muschatz herzustellen. Und es wird von unglaublicher Handwerkskunst, der sind Fähigkeiten händentlich... Okay. Ein... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Windblumen-Methode, der Bogen hier, der ist nicht schon interessant. Angriff alleine. Es war ein fairer, aber Angriff. Sichtbare Winde, Verfeinerungsmaterial. Die Windblumen-Ode. Ah, das brauchen wir also. Denen auf Max zu machen, müssen wir hier. Das ist okay. Schauen wir uns alles ein bisschen an. Ich sag mal, so die Aufträge, die machen wir dann in einem gewissen Grunde. So lange, wie du glaubst, dass Windblumen-Methode... Arbeiten wir dann so Stück für Stück ab. Mit dem Markt... Ja, müssen wir auch noch. Und die anderen Sachen... Wir haben zu tun. Ich schätze mal, machen wir dann einfach von oben nach unten. Das ist ja nicht mal weit weg. Alles mit Symbolen markiert. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.